Habe ich Anspruch auf die Rentenerhöhung 2023, wenn meine Altersrente für besonders langjährig Versicherte zum 1.7.2023 beginnt? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe auf Rentenbescheid24.de eine Anfrage reinbekommen zum Thema Rentenanpassung und Altersrente. Die Kunden bekommen zum 1.7.2023 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Gratulation ohne Abschlag, da freue ich mich für Sie. Und Sie möchten jetzt wissen, ob denn die Rentenerhöhung zum 1.7.2023 auch für Sie gilt. Meine Damen und Herren, hier die Antwort. Also grundsätzlich gilt natürlich der aktuelle Rentenwert, der für die Berechnung der Altersrente notwendig ist, auch für unsere Kunden. Und zwar ist der aktuelle Rentenwert grundsätzlich der, der für die Berechnung der monatlichen Altersrente maßgebend ist. Und da schauen wir uns einfach mal an. Und zwar bin ich hier gleich eingestiegen in den Paragraphen 64 SGB VI. Das ist die sogenannte Rentenformel. Und in der Rentenformel steht folgendes drin. Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, wenn die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten persönlichen Entgeltpunkte, das heißt also hier steckt zum Beispiel die Frage des Abschlags oder Zuschlags oder 1,0 für die ermittelte Summe der Entgeltpunkte, daraus ermittelten persönlichen Entgeltpunkte, steckt schon mal hier drin. Der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert. Jetzt kommt es mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfältig werden. Das heißt also ganz einfach, die monatliche Rente berechnet sich aus der Summe der persönlichen Entgeltpunkte vervielfältigt mit dem Rentenartfaktor. Bei der Altersrente ist es Summe 1,0 und dem aktuellen Rentenwert. Ja und jetzt stellen Sie sich natürlich die Frage, was ist denn zum 1.7.2023 der aktuelle Rentenwert? Und da schauen wir einfach mal einen Paragrafen weiter in dem Paragraf 65 und da steht drin Anpassung der Renten. Und hier steht zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Renten angepasst, indem der bisherige aktuelle Rentenwert durch den neuen aktuellen Rentenwert ersetzt wird. Ja meine Damen und Herren, was war denn am 1.7.2023? Da wurde der alte aktuelle Rentenwert, der am 30.06.2023 noch gegolten hat, ersetzt durch den neuen aktuellen Rentenwert. Nämlich der neue aktuelle Rentenwert beträgt 37,60 für einen persönlichen Entgeltpunkt. Meine Damen und Herren, das heißt also, die Antwort liegt hier im Paragraf 65. Im Paragraf 65 in Verbindung mit dem Paragrafen 64. Ja, ich habe ja hier gesagt, mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfältig wird. Wann war der Rentenbeginn unserer Mandantin, unserer Kundin? 1.7.2023. Was war am 1.7.2023? Am 1.7.2023 hatten wir einen neuen Rentenwert. Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Renten angepasst und das haben wir ja alles toll erlebt. Hubertus Heil von der SPD hat das ja im März 2023 schon verkündet. Rentenanpassung Ost und West auf einen einheitlichen Rentenwert 37,60. Meine Damen und Herren, damit ist die Frage ganz klar beantwortet. Ja, unsere Mandantin bekommt ihre Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit dem aktuellen Rentenwert, der zum 1.7.2023 gilt. Das sind 37,60 Euro für die Entgeltpunkte Ost oder Entgeltpunkte West oder beide Entgeltpunkte aus dem System Ost und West zusammen dann addiert, ergibt dann die Monatsrente. Also Frage beantwortet. Kein Problem. Mit dem Rentenwert 37,60 für alle Renten, die ab dem 1.7.2023 begonnen haben. Selbstverständlich für die Bestandsrentner, die davor auch schon eine Rente hatten, bekommen auch die Rentenerhöhungen ausgezahlt. Näheres zu diesem Thema, wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.